...gerechnet. Schucks haben 83 Kills gemacht. Jaja, ich hab auch schon. Verrückt. Aber dann wird's doch Zeit für PC langsam. Gut, aber den kann man dann nicht mehr mitnehmen in so'n Koffer. Den PC. Ah ja, stimmt. Ja, ok. Ich praktisch mit so'n PS5. Habt ihr beide so'n Koffer? Beide so'n PS5-Koffer? Nee, nee, ich nicht. Schade. Aber ich feier das, Digga. Du wolltest doch selber einbauen, Yannick, oder? Ich hatte überlegt, mir selbst einzubauen, ja. Aber... Weiß nicht. Wenn du eh nur zu Hause spielst, dann kannst du ja... Kannst ja direkt ein PC holen. Nee, Turnier ist nicht vorbei. Ja, gut, dann aber... Ich weiß. PC, wissen wir alle, ist geiler so vom Spielgefühl her. Aber dann wird der weggecheatet, Alter. Hätte aber auch gemacht. Ja, ok, stimmt, das auch noch. Und PC ist auch noch ein bisschen komplizierter mit einstellen und so, ne? Bei PS5 kannst du einfach einen machen. Hm. Ah, Digga, was für ne Test. Ich hab einfach ZLG und M82, wow. Aber 5K. Ich hab auch noch Geld hier bei mir. Seid ihr irgendwo Twitch Subscriber? Wenn ja wo? Hoffentlich bei mir. Seid ihr irgendwo Twitch Subscriber? Wenn ja wo? Nee. Also... Ich bin auch. Nee, nicht da drin. Also... Ein Kollege von mir hat sich mal einen Account gemacht und dem folge ich schon auf Twitch, aber eigentlich bin ich da eher selten unterwegs. Könnt schon protocolen. Ja. Wieder kein Shop hier. Wir haben ein bisschen Pech. Lass dir ihn. Eigentlich eher YouTube. Ja. Gucken wir lieber YouTube Highlights an. Hm. Ja gut, ihr habt noch nicht... Ja, genau. Das ist das Ding. Ihr habt ja nicht so viel Zeit. Ey, 3 Bedrohung bei mir. Ey. Eigentlich haben wir schon viel Zeit, Janik, oder? Ehrenmann. Ja, ihr könnt ja gleich mal erzählen, wie so ein Tag bei euch aussieht. Ich finde das immer krass interessant. Wahrscheinlich die Zuschauer auch. Ja, ich steh auf, dann spiel ich noch in der WoWzone und dann geh schlafen. Glaub ich. Bin wir schon da. Na, ist gut. Ehrenmann vom Boden ist geist gestört. Komm. Nimm radiatorer jetzt mit. Alles. Wir haben auch genug Gate. Also ich will so eine richtige Barbarunde, das ist immer Minimum Der snipe Von den ganzen Oh, den baller ich, den baller ich Pass mal auf, so nehme ich Was denn? Habt ihr den anderen? Schönes Ding Harry Ja, der andere ist zum... Nice Äh, gehen wir zum Job Ja Mein Luki Aber du weißt nicht, wann das, äh, Track-Tourneer losgeht, oder? Ich? Weil, ja Naja, schade Alles gut, wir können trotzdem Wir können Gulag und Techo Wir können das Gulag holen Genau, wir können den ganzen Gulag kaufen Wer gehört jetzt uns Wann habt ihr immer Vormittagstraining und wie Flur? Ähm, 10 Uhr 30 Ja Oh Nachmittags 14.30 Und dann eine Einheit geht immer circa ungefähr? Also die Einheit an sich eine Stunde 30, ja Aber wir müssen halt eine Stunde vorher da sein Ah ja, okay Und, ähm, ja Klingt schon geil Jeden Tag zweimal am Tag Training, oder wie? Nee, 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 nur einmal die Woche, wenn überhaupt Loi, echt? Ich dachte man hat jeden Tag? Heißt Pro Einmal die Woche Training einfach Nee Einmal die Woche Warte, 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 warte Sie hat einmal die Woche Training? Nein, nein, einmal die Woche zweimal Achso Achso Aber nur einmal die Woche doppelt Ich dachte schon, einmal die Woche Einfach weniger als Kreisliga Einmal die Woche Einmal die Woche Einmal die Woche Und danach noch ein Bierchen So mit den Jungs Sowas kannst du das Auf locker Ja, auf locker Zweite Bundesliga einfach Nimmt man mit? Was denn? Eine Stunde geht das Turnier glaub ich noch Oder? Ich glaub schon, ja Oh, ich hab Ja, ich leck auch Die Lobby leckt Die Leggy lobt Du hast grad so nen Froschenmalz, oder? Ja, aber geisteskrank Ich hatte so ne Blase irgendwo Alter, es leckt über Nein, ohne Leggen Ja, ja, bei mir auch Alter Ach du Scheiße Habt ihr keine Connections-Probleme? Doch, doch Doch, übel Hey, 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 hallo? Schön, schön, schön Hey Aber die Runde ist übergut Ja, aber dreht der sich um Schießt auf einmal Was soll der Kacke? Der? Was soll der Kacke? Was soll der Kacke? Äh, Bounty? Nehme ihn an Nehme ihn an Safe, ihr wischt Safe Die Menschen sind einfach einmal die Woche Training Das ist auch gerade wirklich lustig Vorstellung ist nice Aber so an sich hört sich das auch echt übertrieben geil an, Alter 10.30 Uhr dann Oder mal Auch nur eine Einheit Und dann habt ihr Dann habt ihr Circa 4 Stunden seid ihr dann irgendwie Unterwegs circa Und dann seid ihr den restlichen Tag zu Hause Ja, wenn wir 10.30 Uhr Training haben Zum Beispiel Und das ist das einzige Training ist Dann ist man 13.30 Uhr zu Hause Hm? Wollen wir um? Spezialmonie, was auch? Ich bin angehittet Der ist hier Feuerwehrste Oh mein Gott Der ist hier Der ist noch nicht tot Der snipet oder? Ich hab einen Sniper bei mir, ich brauch dir Hilfe I guess kommt ein schuss getroffen durch absolut gar kein schuss getroffen shoot back einer eine one shot ok ja 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 wir haben eine gute runde jetzt kommen erstmal richtig konzentrieren ich bin der erste der stört ist hier schon ich call das immer wieder direkt tot vielleicht kannst du den aber das ist der heli von mir also die m2 hat so einen geilen sound ich weiß ich feiere die waffe richtig krass save vor allem der headshot schaden ja ja der ist insane mit chronos macht man halt so gut viele headshots ich konnte es mitnehmen warte ne willst du eine throne holen ich hab schon ich hole eine ja das track turnier geht erst um 23 Uhr los da habe ich aber ganz schön großes maul gehabt wenn ich das jetzt noch casten möchte das geht ja dann bis 3 Uhr 4 Uhr nachts warte ich hole auch nochmal eben safe revive wie viele kids haben wir 10 15 15 ja es ist noch 99 live also alles gut diesmal ohne heli kaputt machen ich gebe ein bisschen hat sich grad irgendwie mehr geld egal warte du kannst noch eine drohne holen oder ich ich hole eine drohne ich mach direkt an oder ne erst wenn wir Gegner sehen das war grad wirklich chaotisch ja komm lass erst verhärtet verhärtet ich bin ich sollte wirklich ich sollte nicht lange aufbleiben heute das war gestern schon zu lange eigentlich ja das ist weiß ich nicht ob das so eine gute idee ist das gas breitet sich aus neue sicherheitszone gefunden ok let's go nein freddy wo bist du denn rausgeschoben bist du an der Mauer ich glaube er ist an der Mauer eingeblieben sehr gut das ist wieder der berühmt berüchtigte RPG ahja das clear of track noch schnell ist einfach nichts Entschuldigung ich nehme an wir könnten die Krone pushen ja Phil braucht ewig weiß nicht dass man hier reingehen muss ja ich weiß jetzt nicht wer er von den beiden da ist ok ich bin let's go Achtung Drohntreibstoff wird knapp zurück zur Basis zum Nachtanken der arme Chris nein ich war's das war ja nicht das war ja nicht ohja die haben ihr Kacke hochgeschmissen verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet hab ihn jetzt aber nice good shit good shit Schlag Buys einer einer Heli ich nehme das nächste Bounty an komm es ist unsere Lobby jetzt ja Kopfgeld Ziel gesichtet schnappt das Schau Hedy ihr könnt euch alle jetzt mal Self-Rewive holen das haben wir auch noch keinmal kommen wir alle zum Shop das hatten wir noch nie ich hab wirklich jetzt neuer Drohne oder so ich hole eine Drohne pop die gleich und den Rest lege ich hier den Rest lege ich hier ok let's go lass die halt weiter mach gleich einer an ja das ist noch ein bisschen nervig ja ja gleich genau verbündete Drohne ist in der Luft Upsi ah kein Problem alles gut wir haben ja drei Upsi Upsi das war wirklich gut hier ist einer hier rechts geiler Upsi geiler Typ ok lass die bumsen ja C4 wir sind alle tot die sind schon äh nein 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 das ist nein der Arme der wusste noch gar nicht wie er läuft glaube ich ich sehe schon wieder die Kommentare mh lass den doch spielen mh beleidigen doch nix ok dann lass genau dann lass den Kill of Drack ich pop Drohne ja? ja Upsi Upsi neuer Koller wenn wir nur Drohne holten hey hier hier direkt vor uns direkt vor uns lasst euch nicht ballern passt auf falls die Zeug hey Siri stopp ja das ist so viele Bote passt auf für den Muggelvater sich vor Lachen auf dem Boden wälzen 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 alles gut alles gut ich hab dich ne ne lass einfach woanders die sind echt ein bisschen nervig da oben was da mit denen crossen die gerade wir gehen zu Hospital ne wir müssen zu Hospital I guess was mit dem Auto zu Hospital maybe die haben ja richtig richtig sehr richtig geile Typen dann sehen die uns halt alle auf dem Dach müssen die vor uns töten auf dem Dach ja ja da hab ich schon einen noch ich verstehe nicht warum die Nagatomi nicht auf die schießt die könnten uns safe auf die drauf schießen Rommi hier unten drin sniped Digga hat mich so gesniped komm hier rein komm hier rein Flood ja 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 fängt hab ihn oh ich fliege danach ja alles gut hab ihn hab ihn schön gespielt stark oh fuck fuck hier 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 oh das ist doch schön gespielt schön gespielt oh mein Gott ich hab dich ich hab dich Teamplay einfach mal rein ja ja jetzt sind wir wieder jetzt sind wir jetzt rollen wir wieder komm ja tot dann lass uns mal wieder ne Drohne holen tut auf Trak ich hab eine Tropfen noch ich hab noch eine oh ja mach an nice dann hab ich ja den habe ich das war genau das war der ja hold dich ich hole dich Geistgeschötter, brauche ich Hilfe? Die sind gut, ja die sind echt gut Nice, einer hat selbst verweifelt denke ich Einer kommt noch hinten Schön, danke dir Hinter der Mauer, hier Hey, ich habe mich so erschrocken Da snipe irgendwie einer Hier, 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 an der Ecke ist er Der vom Nagatomis Tower snipe glaube ich Ich habe mich gerade so erschrocken Ich dachte, Janik wäre ein Gegner Ich dachte, ich kriege einen Finisher jetzt gerückt Ja, ja, ich habe so oft Ich habe wirklich kurz Leben bei mir vorbeiziehen sehen Oh mein Gott Ich dachte, so einer, finischt mich jetzt in so einem Turnier Charity Turnier Ja, der snipe von der ganzen Runde Ja, von der Karte Wo ist denn der Typ jetzt hin? Der ist verrückter Typ Oh mein Gott Warte, bleib in Deckung, bleib in Deckung Ich habe nicht Ich habe, ich habe sie durch, sie durch, sie durch, sie durch Jetzt, jetzt kannst du, jetzt kannst du Ich hab ihn Schön Schön, jetzt kannst du mich anfassen So schön gespielt So schön gespielt Spaß Da kommt noch einer Ich wurde schon wieder geknallt Oh, der karte Ja, er wolle weg mich Cheater, 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 cheater Cheater, oder? Er hat auch keinen, er hat auch keinen Er hat das Perk nicht Ja, ja Ja, ja, knallt ihr durch Ja, ja, knallt ihr durch Der pusht, der pusht Oh, schön viel Pass mich an Ich hab dich, ich hab dich So geil gespielt Schön schütteln Wir waren da auch kein Cheater War so stark gespielt Wirklich Da landet einer Gepusht Ganz Team Ich kann nicht nachladen Ey, wir können hier, ey, wir können hier durchziehen Disappear, ich wusste nicht, dass es geht Ja Der muss hier, der muss hier sein Dann Oh mein Gott, oh mein Gott Let's go Let's go Let's go Smart, nice, nice, nice Wir können beide wiederholen Wir können beide wiederholen Let's go Ja, Mac-10, beste Waffe im Spiel Ich weiß nicht, die Stats von der Waffe stimmt auch nicht Ich weiß auch nicht Stimmt alles nicht Ja, die Mac-10 ist halt einfach so übermobil Und das macht sehr zu geil Ne Ich bin irgendwo hier gestorben Bei grün Ja, ihr könnt euch eigentlich Ja, ihr könnt euch das safe wiederholen Ja, die liegt alles Drohne erreicht Einsatzgebiet Ich hab mal nen Turnstift von euch geklaut, sorry Die Zweigen mir, pass auf Die Zweigen, die wir auf der Drohne sehen Von dem Von Bank Oh ja Ja, ich bin tot Ich bin tot Ich bin der Sohn Aber ich bin tot Ja, ist halt um Eigentlich muss einer von uns snipen, I guess Und rechts Oh, jetzt wird's echt unangenehm für uns Ich hab mit einem angeschossen Vielleicht bin ich safe Jetzt wird's wirklich richtig unangenehm für uns Ich lenk ihn ab Ich renn hoch Einen knocked vor mir Da Sind zwei Mein Oh mein Gott, hab ich ihn geknallt Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt Ich hab nen Prezi Wir können da so Uns irgendwie Da durchkämpfen Bin ich safe bei dir oben drauf? Weiß ich nicht Ja, der ist oben Naja, er ist weg Haben wir noch ne Drohne? Ne 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 Könnt's jetzt aber einen holen Ja, das machen Passt auf, er müsste eigentlich Hast du ein Hardbeat Er müsste eigentlich noch irgendwo sein Ja Vor allem auf dem Dach Sind die Ja, hier Stark Die fliegen Ganzes Team Eine One-Shot Ab 1 Ab 1 Noch einer runter gesprungen Ja Schöner Lauf, ich gar nicht Stark Ab 1 Komplett rausgenommen Hier vorne bei China waren die hier Neue Position Nehmt wahrscheinlich wirklich völlig andere Callouts Ja, ich wollte gerade auf Fragen so, wisst ihr was China ist? Was sagt ihr dazu? Da Oder so? Äh Bei Marker und da Marker und da Ja, das klingt gut Oder das gelbe Haus Keine Ahnung Ergibt dir nur eins, ne? Oh mein Gott Ey, die Sohn Das ist nur noch die Hälfte von der Sohn drin Ähm Haben wir ein Fahrzeug? Ne, ne? Ja, wir müssen crossen Ja, wir müssen crossen Ich mach Drohne an Ja, ich äh Hier, ähm Holt euch mal Holt euch mal Holt euch mal safe Ich hab hier Ich hab hier Geld hingelegt Ne, hol du, Fred Oh, ihr seid ja süß Mach was, mach was Ihr seid ja wirklich richtig süße Äh Ich werd angesnipe von links Ja, ja, ich seh's Ich bin unterwegs zu dem Also ich seh nicht Da Oh nein Oh mein Gott Zwei Leute rechts links Rechts schießt Phil, du musst jetzt richtig Äh, klatsch gehen da rechts Ich hab einen Ich hab einen Oh, der ist nichts Ja, er hat eine Es sieht aus wie Magnetics Wenn du diesen Kampf gewinnst Kehrst du zurück an die Front Aber wenn du verlierst Aber wenn du verlierst Was darfst du dich Hab einen genocktert bei den Steinen Ja, das war der letzte Also es war nur noch einer Wenn ihr hier habt, dann Seidest safe Der hat aber auf irgendwelche hier von Dings geschossen Das sind die besten Calls, die ich jemals gegeben habe Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone gefunden Eine One-Shot Kann ich die finischen? Bei blau, bei blau, bei blau, bei blau Ja, ja, das ist der, der Der meinte, ich hab an Oh shit, der Von da wird auch noch einer Da ist auch noch einer Lila, lila, lila Von da kamen Shots Nein, wo der Job landet Ha! Im Wasser Oder? Lass rüber, lass die rüber Die müssen eh crossen Ey! Spielfehler Der Job ist im Wasser Kann ich mir irgendwo Waffen holen? Bei euch? Ich hab den genockten Nein, hä, hä, was ist mit dem Job grad los? Was passiert da? Ja, der wandert gerade Ah, er wandert, ja, ich hab also Gutes Spiel Der schwimmt mit dem Strom Ballina, Ballina Ballina, okay Bei uns, snipe wir mal auf den Dingern hier drauf, glaub ich Ist einer aufm Kran oder so? Ja, auf den Krähen, glaub ich Das eine hat auf jeden Fall aus der Richtung hier geschossen Reden wir noch über Slotout oder reden wir nicht drüber? Nee, lass nicht drüber Über mir? Äh, hinterster Kran, I guess Zwei, zwei Leute mindestens bei dem Kran hier Ja, ist der ein? Wir haben aber kein Prezel oder so, wir können eh nicht finishen Nee Ich hab einen Kill-Dent nicht bekommen leider Ist da ein Shop bei euch? Nee Ja, hier sind wir auch Die snipen auch Richtung Prison, da ist auch noch ein Team Sorry, wenn ich unterbreche Sweet Hits Nice Was für hässliche Hunde, ey Mhm Sind safe nicht hübsch Hier hinten auch hier Ja, der ist One Shot Ach, dicker Wo? Ja, das ist der, wo ich glaube der anhat Wo? Ja, von Lila, von Lila Von Lila, von Lila Hm Die haben schon 16 Mal genockt glaube ich Der ist jetzt hier, der ist jetzt hier Hier Der, der sah auch sehr bad aus Ja, der sah auch sehr bad aus Gut, schön Jetzt noch die vor uns auf dem Auf dem Kran ist einer One Shot Digga, dieser scheiß Sniper Ich bin safe Einer K.O Einer K.O Schön Ich bin safe Komme, ich komme, ich hole Floyd Oder du holst Floyd Ja, 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 safe, safe Schnell in die neue Sicherheitszone Ich bin das sehr gut gerade Ich bin das sehr gut gerade Ich hatte einen K.O. Die müssen ja gleich irgendwann runter Zwei Teams noch Zwei Teams noch, habt ihr noch Platten? Der ist wieder Der ist wieder Einer spricht runter Digga, wer snipet mich denn die ganze Zeit Wo ist er? Irgendwann ist noch runtergesprungen Der ist immer noch runtergesprungen Der ist immer noch runtergesprungen Der ist immer noch runtergesprungen Bei mir, bei mir Ein Team noch Ein, vierer Team Ein, vierer Team Hab einen Geisteskranke Klasse, klasse Das ist ein ganz Team Dann müssen wir weg Ein Team noch, Jungs Vier gegen drei Äh, eins Vier gegen drei Ganz ruhig, jetzt ganz ruhig zusammen Ja, die sind im Truck Ja Ja Da kommt noch ein Truck Ja Ja Ja, den meinen wir Oh, sorry Alles gut Wer ist ausgestiegen? Auf mich, auf mich, auf mich In der Mitte, in der Mitte Bei der Krone, bei der Krone ist ein Gegner Bei der Krone Schön Floyd Einer knocked Der beim LKW war das knocked Shit-Hit Auf knocked, auf knocked Stark Einen rausgenommen Er hat geschützt, geschützt, geschützt Zwei ist ein knocked von denen Einer hatte Bei dir, bei dir Hab den, hab den Hab den Einer noch Einer noch, bei mir Hier bei mir, bei mir Nice Schön gespielt Hey, let's go, Jungs Let's go Oh, boah GG's in den Shell Da ist er doch die Runde, Alter Geil Sehr, sehr, sehr Weg, Jungs Schade, ach du scheiße Oh mein Gott GG's Floyd, wie oft hast du den genockt? Du hast so viel Schaden, Alter Egal, ich hab tausendmal den Typen genockt, glaube ich Come on, let's go 44 Kids, glaube ich 44 Kids, glaube ich Wenn ich richtig